Hat Elias im Warrig sich schon gemeldet? Sorry. Die Typen sind eh voll die Bitches. Total arrogant. Aber voll süß. Ja. Schwesterherz? Ein Decaf No Fat Soy Latte mit Hazelmat. Grande? Venti. Zu mich. Und ein Decaf No Fat Low Carb Coconut White Chocolate Triple Shut Lack. Satte in Benti. Mit? Drei. Nein, viereinhalb Päckchen Zucker. Danke, Seth. Bär! Er ist genauso wie du ihn wolltest. Trotzig war eklig. Wer ist denn das? Heiko und Roman. Kenn ich nicht. Von deiner Schule? Mhm. Zehn Millionen Klicks. Zehn Millionen? Na-na-na-na-na-na. What you get? Who's that black creature inside your head? Good girls from Drive Dream of Cassidy. But only boys get naked and you drive to rule. We're going back to the street. What? Right to six, seven, eight. Okay Mädels, wir brauchen jetzt echt einen Plan. Wie? Der soll sich verlieben? In dich? Da brauchst du einen tiefen Ausschnitt. Oder so einen ganz kurzen Rock. Kannst du ein Fuck-Me-Kleid haben? Seht immer. Hä, kenne ich gar nicht diese Marke. Aber nimm doch mal, ich bin größer als du, Stiefel. Dann wirkst du wie was Besseres als er. Mädels, die kriegen sicher andauernd Porno-Bilder von irgendwelchen Schlampen geschickt. Da muss man anders ran. Ah, geht! Was soll das? Fuck. Krass. Mann. Wow. Keine Erfrischung? Irgendwie mit. Mitleid. Ja, schon so ein bisschen von YouTube und so. Wenn eure Eltern drauf stolz sind. Kommt alle in zwei Wochen, seid bei unserem allerersten Konzert dabei. Wir freuen uns auf euch. Was ist denn das? Hike und Roman. Zehn Millionen Klicks. Zehn Millionen? Zehn aus wie jungen Frauen. Leichte Beute. In der Bahn. Ich sag nur, innere Beauty. Wie würdest du das faken? Also ich meine so, dass du so voll hessig bist und so. Auf meine Sis ist verlassen. Kopfbehindert. Was? Perfekt. Oh mein Gott. Brauchst du Hilfe? Verpiss dich, du bist hessig. Oh Gott, oh Gott. Vielen, vielen Dank. Vielleicht kann man ja mal was essen gehen oder so. Aber Rolli, das arme Ding kann uns ja nicht verstehen. Mein Bruder passt sich ja gerne auf sie auf. Niko, bitte in einer Woche ist das Konzert. Wir müssen uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren. Vergiss nicht die Kondome. Wird das so Jesse wie ein Luder? Ich will dich doch nur schützen. Ich wollte fragen, ob du das kannst. Nur weil ich schwarz bin, heißt es auch lange nicht, dass ich mal ein Ticket mache. Ich bin Deutscher als Hitler. Okay, sorry. Der Hitler ist Österreicher gewesen. Bonjour, was darf es zu trinken sein? Die Rote, die ist krass, man. Wenn du mal so richtig abkacken willst, dann nimmst du die hier. Alles okay? Ja. Entschuldigen, mich bitte ganz kurz. Das ist nur die Hacker. Zu falschen Zeit. Auch sie geschossen. Und wer in der Mitte ist, der gehört auch auf den Rücken. Ich wusste, dass ihm das Spaß macht. Wir werden zusammen. Das passt oder nicht. Na, Rolli kann leben. Aufstehen. Jetzt geh schon, komm. Keine Angst, die tut nur so. Steh auf, du Mongo. Irgendwie muss ich ihn loswerden. Warum liegt dir nicht drauf? Warum machst du eine Maske auf? ARD Text im Auftrag von Funk